Die Sache ist so, manche Brüder und manche Schwestern machen einen Fehler. Die gehen so weit und sagen, ja schaut mal, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Jeder Arbeitsgeber, wenn du ihm Bedingungen stellst von Anfang an, dann ist das so eine Sache, du kommst zu mir, du willst bei mir arbeiten, du stellst mir Bedingungen. Aber erstmal arbeite und zeig ihnen, dass du gut arbeiten kannst. Dann wenn du sagst, sag okay, diese Person ist in Ordnung, wir geben ihm. Aber wenn sie sehen, du bist faul, du lügst, du machst jeden Tag ein Problem und dann kommst du, ich will beten, der wird dir nicht geben.